und halt diese Person zu kennen, ja, bist du überhaupt all genug Discord benutzen zu dürfen und es war halt immer ein Mädchen, ne? Also ob ein Mädchen hier auf dem Server ist? Ja, das hab ich mir auch gedacht, aber nicht auf dem Server, auf dem anderen Server, ne? Und dann geh ich so in den Call rein und... Aber ich lasse mich auf diese Server, Mann. Doch, auf dem Server gibt's Bonsai, heißt die, das ist auch ein Girl. Also ja, die von der hab ich schon gehört, die ist doch nicht mehr drauf, oder? Ich weiß nicht. Und auf jeden Fall... Nee, die ist nicht mehr drauf. Äh, dann geh ich so in einen anderen Call rein und ich denk mir so, oh, schon wieder ein Girl, aber jetzt sag ich's nicht. Und da war es ein Junge mit irgendwie, der war irgendwie 10. Was ist so, wenn man... Wie ist das? Wenn man einen Jungen von den jungen Alter an kestriert, also wie er ja aufschneidet, werden die Stimmen höher. Ich weiß, das haben die damals mit Opernsängern gemacht. Ja, vielleicht war er einfach Sopran-Sänger, Mann. Oh, Sopran. Mann, ich wurde damals in den Sopran eingeteilt als Junge. Mit Musik. Das war so hart. Und alle anderen waren schon irgendwie im Bass oder im Alt. Nee, Alt oder... Ich will kurz ein, äh, hohes C-Sing. Oh, Gott, nein. Ich kann gar nicht so zwei. Okay, okay, ein D, ein D. Okay, nein, bitte nicht. Okay, und das... Okay, ähm, Eric was, by the way. Ähm, vamos. Okay. Oh my God, Bommers. Oh my God, Bommers. Oh my God. I have done it all by the way. Okay guys, I had to repeat the level because when I beat the first time I forgot to record. So, GG guys. Yes. Yeah, yeah. Yeah, about 1.5k were old attempts so you are basically 1500 attempts. Oh my God. Are you going to practice in the video? Here we beat. And yeah, let's see how many attempts. 1.5k plus 2700 attempts. Oh fuck. Yeah, I practiced the level like 7 months ago even before I beat bloodbuffs. So yeah, I think these attempts don't count. I don't know. So. I say one thing, GG. Hey. I say one thing, GG. Say one thing, GG. Yeah, thank you, Bommers. Oh my God. That's a weird thing, GG, right? Let's go. No. Yeah. Yeah. No. What's the next 100k to spend? Yeah. Yeah, yeah. Dann muss ich, dann kann ich wieder auf 144 Hertz schalten.